Die Frage nach einer linken Medienpolitik stellt sich meines Erachtens nach in einer modernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts immer unter den Voraussetzungen eines digital-kybernetischen Kapitalismus, wie die französischen Autorinnen eines Autorenkollektivs namens Ticun immer wieder betont haben. Sprich, das Interessante ist auch in der Situation, in der wir dieses Interview hier führen oder ich zu einer Kamera spreche, um dann auch im Fernsehen hörbar zu sein, dass wir schon auf der Ebene der Luftschwingungen mit unserer Sprache eingebunden sind in die Medialität. Da gibt es auch eine ganze Palette von Medientheorien, mit denen wir uns an der Uni zum Beispiel stark herumschlagen und vielleicht kann man das einbringen. Ich betone immer, dass die Technologie selbst nicht schuld daran ist, wie sie eingesetzt wird. Sprich, klassische soziologische Interpretationen gelten in unserer heutigen Gesellschaft nach wie vor. Medien werden vor gut Arbeit eingesetzt. Ich kann mit der gleichen Technologie Entwicklungshilfe starten oder ein Land niederbomben. Mediengeschichtlich kann man sagen, vom Faustkeil bis zum Siliziumchip geht es darum, was machen Menschen mit den Technologien, die sie entwickelt haben. Das ist auch bei Prometheus im 19. Jahrhundert auch x-mal diskutiert worden. Was heute auch ganz spannend ist, sind natürlich die Verhältnisse von Mensch und Maschine. Bereits die Aufklärer haben aber dabei LOM-Maschinen sich bereits ein wenig distanziert. Für mich ist es inzwischen ganz, ganz wichtig geworden zu sehen, dass das, was uns Menschen ausmacht, eben nicht maschinell ist. Wir kommen da ein bisschen in den Bereich der Science-Fiction hinein. Eine Literaturgattung, die natürlich immer hochinteressant ist, weil man als Wissenschaftler an der Stelle herausgefordert ist, in die Zukunft zu blicken. Und gleichzeitig wird mehr und mehr klar, dass eben Informatiker mit ihren Modellen, Diskursen, Begriffen und Bewusstseinsformen unglaublich stark beteiligt waren an der Entwicklung der Informatik und der Computer. Und ich denke auch, wenn man unseren Oktoredakteur Sepp Zaunegger jetzt nicht sieht, dass wir beide in meiner Wohnung uns getroffen haben, um über linke Medienpolitik zu sprechen. Und genau an der Stelle aber auch deutlich wird, wo in diesem Raum selbst die Aktivität liegt. Man könnte mal sagen, bei den Lebewesen, bei den Menschen, die die Sprache jetzt aktiv nutzen, sie aufnehmen mit einem Mikrofon oder die visuelle Ebene über eine Kamera, die dann wieder über das ganze Produktions-Setting von Oktor ausgestrahlt werden kann. Insofern geht es natürlich auch medienteoretisch immer um eine Frage der Ausstrahlung. Die Frage ist, was man ausstrahlt. Wir wissen das alle. Man sagt im Alltag zum Beispiel, dass jemand strahlt. Und genau da kommen Strahlungstheorien natürlich auch noch einmal ins Spiel, weil die Art und Weise, wie das Licht gebrochen wird, wie etwa die Sonne jetzt durchs Medium der Fenster auf uns herabscheint, selbst auch wieder die Frage aufwirft, inwiefern Licht und Technologien an der Stelle für unsere Gesellschaften eine Rolle spielen. Ich bringe nur das Beispiel der Glühbirne, die buchstäblich das Licht der Aufklärung in die Zimmer der Menschheit gebracht hat. Und aus diesen Perspektiven, die jetzt ein bisschen medienteoretisch waren, wird es natürlich interessant, sich die Frage zu stellen, wie man etwa angesichts der letzten Bundesregierung, die für mich die dritte Republik war, aus der Perspektive der zweiten Republik Medienpolitik betreiben kann. Und man könnte sagen, dass man aus einer multimedialen Konstellation heraus auch nur multimedial arbeiten kann. Sprich, es gibt die klassische Ebene der Philologie oder des Journalismus. Man schreibt einen Text und sieht zu, dass dieser Text publiziert wird, also der Öffentlichkeit übergeben wird. Wobei Öffentlichkeit selbst auch sehr stark von den Medienhistorikern diskutierter Begriff ist. Da klar, die klassische Form, in der etwa Philologen oder Historiker sich äußern oder Philosophen, ist der gedruckte Text. Aber genau das hat sich, glaube ich, seit den 80er, 90er Jahren sehr stark verschoben. Das heißt, wir befinden uns jetzt buchstäblich im Paradigma oder in der Anordnung des Hypertexts. Und vielleicht kann ich darauf verweisen, wir haben uns ausgemacht, dass wir das Interview hier machen, weil ich eigentlich rund um mich herum eine perfekte Instrumentierung für meine wissenschaftliche, aber auch politische Arbeit gestaltet habe, in der mit wenigen Handgriffen fast papierlos gearbeitet werden kann. Man könnte auch sagen, das ist auch sozialistischer Arbeitsplatz, weil wenn ich genau eingetuned bin, kann ich die Arbeitszeit senken und im Idealfall dann vielleicht ein bisschen mehr verdienen, um zu überleben. Um also, wie der Klaus Wagenbach, der große Berliner Verleger, gesagt hat, in der rechten Tasche ein bisschen Geld zu haben, um für linke Projekte dann etwas zur Verfügung zu haben. Der Punkt ist also, dass ich unter den jetzigen Medienbedingungen, auch unter den klassischen Zensurmechanismen, die nach Pierre Bourdieu etwa im wissenschaftlichen Feld existieren, natürlich mit einem Text die Welt nur sehr schwer verändern kann. Ich aber die Veränderung der Welt an der Stelle auch nicht ganz vergessen will. Das heißt, man versucht dann einfach in verschiedenen Kanälen, auf Social Media, klassischen Druckwerken, wie gesagt, oder durch Videos oder durch Interviews, auf Okto oder wo auch immer, bestimmte Positionen zumindest ein wenig in der breiten Wirksamkeit zu distribuieren, zu verteilen. Und die Frage ist natürlich an der Stelle, warum die Linke in den letzten Jahrzehnten so immens versagt hat, warum etwa die liberale Illusion, das ist im Umfeld der SPD diskutiert worden, auch noch die Sozialdemokratie in des dritten Wegs in den 90er Jahren erreicht hat, was in der Folge natürlich auch damit zu tun hat, wie eine gegebene Gesellschaft mit der Digitalisierung umgeht. Vielleicht darf ich das angesichts linker Medienpolitik erwähnen, dass alle Parteien in Österreich sich der Digitalisierung stellen müssen. Sprich, wir haben eine Situation, die historisch im 19. Jahrhundert schon mit der ersten industriellen Revolution aufgekommen ist, dass nämlich die Frage des Eigentums an der Stelle natürlich von einigen politischen Kräften verteidigt wird, wenn gleich der maschinelle Aspekt, sowohl von uns Bildungswissenschaftlern beispielsweise, als auch von der Wirtschaft ganz, ganz klar gesehen wird. Sprich, es liegt erneut nicht an den Technologien selbst, sondern sagen wir in einer marxistischen Perspektive an der Art und Weise, wie die Eigentumsverhältnisse rund um die aktuellen Maschinen, also hier stehen einige, E-Book-Reader, Handy, ein relativ mobiles kleines Büro, mehrere Screens, ich arbeite da mit ungefähr elf physischen Bildschirmen und virtuell sind es noch 14 dazu. Ich kann mit einem Mausdreh von meiner Wohnung in mein Büro an der Uni schalten zum Beispiel. Das sind Möglichkeiten, die auch sich dann realisieren, wenn ich beispielsweise nicht mehr Face-to-Face-Redaktionssitzungen mache, sondern die Leute im Idealfall zum selben Zeitpunkt an verschiedenen Punkten auf dem Planeten verbunden werden können. Das heißt, man kann eine bestimmte Form von Mobilität, die der Neoliberalismus verlangt, dann auch gegen ihn nutzen. Vielleicht betone ich das auch, die Teams, in denen ich tätig bin, kämpfen auf mehreren Ebenen eigentlich seit den 90er Jahren, gegen diese neoliberale, stark auf die Individualität fokussierte und auf Subjektivität hin getrimmte neoliberale Ökonomie im Sinne eines mit sanften Steuerungsinstrumenten ausgestatteten Sozial- und Wohlfahrtsstaats. Und genau an der Stelle tauchen mehrere Themen auf, die in unserer Gesellschaft mit Sicherheit auch die Zuseherinnen interessieren, nämlich zum Beispiel Überwachung, wie weit darf der Staat in die eigene Autonomie, also in meine Wohnung, in meine Individualität eingreifen. Da gibt es anarchistische Modelle, links-anarchistische, rechts-anarchistische, die dem Staat prinzipiell unterstellen, dass er nur ein Repressionsinstrument ist. Der von mir sehr geschätzte Bildungssoziologe Pierre Bourdieu hat dem entgegen in den 90er Jahren schon betont, dass der Staat nicht nur als technologisches Repressionsinstrument funktioniert, sondern genau durch sanfte Steuerungsmechanismen eben ein öffentliches Steuersystem erhalten werden kann, das etwa gekoppelt mit Arbeiterkammer, Gewerkschaft und anderen, die Arbeitnehmerinnen verteidigenden Interessen natürlich dazu führen kann, dass der Staat nicht nur ein Unterdrückungs-, sondern auch ein Befreiungsinstrument werden kann. Also die Frage der Eigentümlichkeit im Eigentum der Maschine, ich denke an die Maschinenstürmer, die Ludisten des 19. Jahrhunderts, die in der Folge auch erkennen mussten, dass es nicht an der Maschine selbst liegt, sondern daran, wer die Maschine wozu einsetzt. Ein Thema, das im Übrigen der deutschen Robotik, ich habe einen Vortrag gehört vom Exzellenzcluster der deutschen KI und Robotikforschung und es sind heute Arbeitsstrecken, also Produktionsstätten und Produktionsstrecken möglich, bei denen wir fast keinen Arbeiter mehr brauchen. Hexen sind hochkompetenten Facharbeiter, der auf die Fehlermeldungen der Maschinen reagiert, um sozusagen Fehlfunktionen auszutarieren. Bei uns in der Seestadt fahren ja die ersten automatisierten Busse in einer relativ überschaubaren Umwelt. Das sind aber Themen, die bei uns auch eine eminente Rolle spielen und das sind alles Produktionstechnische oder Produktionsbedingungsvoraussetzungen der jetzigen Möglichkeiten, linke Medienpolitik zu machen. Wobei ich der tiefen Überzeugung bin, dass alte oder ältere Widerstandsformen an der Stelle aktiviert und aktualisiert werden müssen, unter den jeweils neu aufgetauchten Bedingungen, die wiederum mit dem zu tun haben, was die Wissenschaft erfunden hat, sei das jetzt in der Maschinenbauabteilung, in der Robotik etc. Ich komme nur nochmal zurück, wir können also Produktionsstätten bauen, innerhalb derer ganz wenige Leute nur arbeiten müssen und dann stellt sich die Frage, ist jetzt die VW Glasfabrik, die in Dresden aufgestellt wurde, öffentliches Eigentum oder nicht? Ist also dieser Ersatz, den die Maschinenleistung eigentlich erbringt? Rückvergütet worden jenen, die den Arbeitsplatz verloren haben oder, und das ist natürlich eine rhetorische Frage, dienen diese Technologien im Moment einer Finanzmarkt-Elite, die dann sozusagen alle Mehrwertlogiken absaugen kann, wie das der Marx im 19. Jahrhundert schon beschrieben hat. Wenn es jetzt darum geht, nicht nur linke Medienpolitik zu machen, was ja auch mit bestimmten Publikationsorganen zu tun hat, sondern auf der Ebene der Medienpädagogik, der Medienteorie, eine Zeitschrift als Chefredakteur zu betreuen, wie ich, dann hat man es erstens mit der Geschichte der Zeitschrift zu tun und die geht wirklich zurück in gedruckter Version in die 60er Jahre, wo es das erste Mal seitens des Bildungs-, das auch Wissenschaftsministerium hieß, oder jetzt Bildungs- und Wissenschaftsministerium hieß, also sagen wir jetzt einmal kurz, im Bildungsministerium wurde schon relativ früh, parallel zur Entwicklung der Medienpädagogik als Subdisziplin der Erziehungswissenschaft, der Bildungswissenschaft, die der Einsatz von Medien diskutiert, logischerweise, das war der VHS-Rekorder, der Walkman. Man kann also genau auch anhand der Zeitschrift, deren Chefredakteur ich jetzt seit acht Jahren bin, in ihrer Geschichte natürlich zeigen, wie die Veränderungen der Produktionstechnologien immer auch schon Pädagoginnen und Lehrerinnen auf ganz praktischer Ebene beschäftigt haben, weil sie zu Hause angefangen haben, sich VHS-Videos zu erstellen und mit denen dann einfach ganz, ganz einfach in die Schulklasse zu gehen. Ich kann mich gut erinnern, mein Geschichtslehrer hat einfach die Portisch-Riff-Reihe Österreich 1, Österreich 2 immer wieder gespielt. Also das war in meiner Schulzeit in den 80ern zum Beispiel schon ein ganz, ganz klares Vorhandensein von Medien und damit von Geschichtsdidaktik, wenn man will. Und die Medienimpulse haben sich entwickelt, parallel zur Entwicklung dieser medialen Infrastrukturen. Ich betreue sie jetzt seit acht Jahren. Davor war die Susanne Krusche, ist sehr lange im Ministerium, hat da wirklich avantgardistisch Vorarbeit geleistet. Und das damalige Team hat sich dann in einem Bewerbungsverfahren für mich entschieden, was mich sehr gefreut hat, weil ich von der Medienfachgruppe des BSA weg als Pressesprecher des BSA auch froh war, dass ich sozusagen wieder ein bisschen zurückgekommen in meine wissenschaftliche Tätigkeit. Vielleicht kann man das erzählen, das war beim letzten Ministerium sogar ein bisschen einfacher, weil man mir nicht mehr gesagt hat, sie machen da wissenschaftliche Zeitschrift und nicht für Lehrerinnen, weil mir natürlich jeden Tag wichtig ist, dass die theoretischen wissenschaftlichen Erhebungen dann auch wieder runtergebrochen werden auf den ganz praktischen Unterrichtsalltag. Deswegen wiederhole ich, dass die Medienimpulse eben mehrere Ressorts bespielen, darunter das Ressort Forschung, das sind meist hochgerüstete wissenschaftliche Texte, das Ressort Praxis, da geht es wirklich um die Berichte von Lehrerinnen ohne großen wissenschaftlichen Apparat, Geschichtsdidaktik, wie vermittelt man Karl den Großen, wie vermittelt man die französische Revolution. Da schreiben oft Lehrerinnen und präsentieren ihre Projekte. Dann haben wir Kunstkultur, da geht es dann sehr stark zum Beispiel um die Frage, wie der Kunstmarkt funktioniert, in welcher Art und Weise Kunst vermittelt werden kann. Das spielt auch ein bisschen rein, wenn man das Kunsthistorische Museum denkt, wie ein Museum unter medialen Bedingungen heute funktioniert. Ich war jüngst in Toronto bei einer Ausstellung zu Impressionismus im Industriezeitalter und da hat man natürlich schon mit Tablets gearbeitet. Das heißt, man konnte sich Zusatzinformationen zu dem Gemälde durch ein Tablet im dreidimensionalen Raum ansehen und das verändert dann natürlich auch bei einem selbst die Art und Weise, wie das eigene Kunstgeschichte-Studium sozusagen sich langsam transformiert, weil die Hände sich anders bewegen. Und auf dieser ganz praktischen händischen Ebene operieren wir auch dann, wenn es darum geht, die wissenschaftliche Reflexion eben in die konkrete Unterrichtspraxis rüberzusetzen. Es gibt dann auch ein Ressort Politik-Bildung, weil natürlich für alle wahrscheinlich einsichtig ist, dass jedes Unterrichtsfach dann natürlich auch eine Frage der Bildung und der politischen Bildung ist, weil ich habe es zuerst gesagt, eine Kollegin von mir, die Chefassistentin ist, der Medienimpulse Katharina Kaiser-Müller zum Beispiel in ihren Forschungen gezeigt hat, wie alle Parteien Österreichs natürlich an der Frage der Digitalisierung nicht vorbeikommen, im Grunde aber nur ganz, ganz wenige, die den neoliberalen Einsatz dieser Technologien unterstützen. Das macht ein gravierendes Problem in Bezug auf das Bildungssystem, sofern man sich irgendwie darauf einigen kann, dass ein öffentliches Bildungssystem natürlich auch die Gleichheit unserer kleinen Mitbürgerinnen garantieren kann. Die Medienimpulse verstehen sich insofern als eine Schnittstelle, die zwischen der wissenschaftlichen Reflexion der Medien oder des medialen Habitus von Kindern, Jugendlichen, Studentinnen, Erwachsenen, also schlussendlich der ganzen Gesellschaft, modelliert und beschrieben werden kann und wie man das dann in Absprache mit den Lehrerinnen, die sozusagen in meinem Netzwerk, in meiner Community eine eminente Rolle spielen, wieder Vorschläge unterbreiten zu können. A. Für die konkrete Unterrichtspraxis, B. sozusagen in der Rolle ein bisschen als Experte oder Expertin, der die Politiker unter Umständen beraten kann. Solche Rollen nimmt man dann natürlich ein als Universitätsassistent oder Universitätsprofessor für Medienpädagogik. Deine last